dein seelenpartner und du schauen wir mal rein wie die heutige energie so ist folge der stimme deines herzens sagt diese karte wenn du aus dieser welt gehst kannst du nichts mitnehmen außer deine seele lass dir gesagt sein dass es an der zeit ist ein deutliches ja zu allem dem zu geben was für dich richtig und stimmig ist ja alles was für dich sich gut anfühlt solltest du verfolgen auch wenn es rational nicht erklärbar ist so jetzt schauen wir mal auf die seite deines gegenübers da ist der neubeginn gefallen der neubeginn mit den störchen hier die hürden der vergangenheit werden weggefegt und eurem glück steht jetzt nichts mehr im wege allerdings gibt es hier noch verstrickungen die er auflösen muss dieser mann ist noch dabei etwas zu lösen aber in den abendstunden soll eine nachricht reinkommen ob das die heutigen abendstunden sind kann ich dir natürlich nicht so genau sagen aber er ist auf dem weg zu dir manchmal muss man nämlich erst etwas altes zu ende bringen nur diese hindernisse zu ende bringen bevor etwas neues beginnen darf und dann kommt die liebe in dein leben es handelt sich hier nämlich um die große liebe dein seelenpartner ist auf dem weg ein fettes großes jahr zur liebe und ich würde sagen seien wir gespannt bis dann